Guck mal, meine Haare sind schon wieder auf. Lach nicht! Also darüber macht man sich nicht lustig. Ja, warte gleich. Hey Michelle, weißt du was das hier alles bedeutet? Nee. Weißt du? Nee. Du weißt ja wie man fährt, ne? Ja. Okay. P ist für Parken, R ist für Rear, also rückwärts. N neutral, D für Drive und jetzt subhanallah dein Auto geht in die Luft. Komm her, komm her, komm her, mit der Kamera, komm her. Filmst du schon? Ja. Okay, was läuft, was läuft? Geschichtlich zeichneten sich mehrere Ereignisse von scheinbar unmöglichen Fällen ab, in denen eine Person ohne sichtbare Unterstützung über den Boden schweben konnte. Wo bist du? Bei wem? Wie heiß ich? Wie ist mein Name? Switchrace. Ganz genau. Wir sind bei Switchrace. Was geht, was geht. Du bist? Michelle. Michelle ist ein bisschen nervös. Ich bin's auch, es ist kalt. Aber Michelle, stell dir Auto jetzt vor. Michelle, was hast du hier? Ein Audi TT, 8S. Was für ein Baujahr? 20. 220. Was hast du für ein Motor drin? 2.0 Turbo. 2.0 Turbo. 2.0 Turbo. Hast du was gemacht? Ja. Ja. Dann mach erst mal hier auf. Hier aufmachen? Ja. Das krank. So. Ein bisschen dreckig, aber optisch erst mal so nichts zu erkennen. Nee. Schade. Hast du was am Motor verändert? Habe ich was verändert. Hast du? Hast du? Habe ich. Ja, Leistung halt. Erzähl, was hast du zur Serienleistung? 2.75. Jetzt hast du wie viel? 3.50. Ich. Wer hat das gemacht? Gorilla Performance. Schmeckt. Seit wann hast du die Optimierung? Seit letztem Jahr im Mai. Seit letztem Jahr? An dem Tag, wo ich ihn gekauft habe. Sind sie zufrieden? Ja. Ja. Keine Probleme bis heute? Nee. Sehr gut. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Da du jetzt 350 PS hast, hast du was an der Abgasanlage gemacht? Ja. Sie haben verbaut eine? Eine? De? 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 Was habe ich gemacht? Eine Daumenpfeil? Ja genau, das habe ich gemacht. Von der Marke? H... J... H... 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 Du kannst dich wieder ausmachen. Das ist nicht einfach süß. Im Fahren ist es lauter. Ja, das glaube ich, unterlasse es immer ein bisschen besser. Du hast doch mal letztens erwähnt gehabt, dass du so nette Nachbarn hast. Grüße an die Nachbarn. Deswegen sieht mein Motorraum auch so aus wegen euch. Angeblich seid ihr zu laut, habe ich gehört. Ja. Und was ist passiert? Magst du das den Leuten erzählen oder sollen wir schweigen? Ja, ich stehe morgens auf und sehe mein Auto voller Grieß. Bisschen Neide unterwegs bei dir. Ich sag auch das. Sag auch das. Ja und deine Nachbarn, weswegen beschweren die sich? Die haben die Polizei gerufen danach und die standen bei mir zu Hause. Mit welcher Bekundung? Dass mein Auto zu laut wäre. Ja. Naja. Zu laut ist es glaube ich nicht, aber... Grüße gehen an die Nachbarn raus. Ich mach kein Auge lang. Geht arbeiten, wenn ihr solche Autos haben wollt. Oder? Ja. Sag auch das. Ja. Sehr gut. Du hast Fahrzeug gekauft wann? Im Mai 20. Mai 20. Du hast neu gekauft? Ja. Als Vorführwagen. Vorführwagen. Was hat der gekostet? 45. 45. Geht eigentlich voll. Was für eine Farbe ist das? Nanograu. Nein? Hier ist das mal? Hat der was gebracht, ja? Und was steht hier? Was ist das? Bisschen Aufkleber. Mhm. Die habe ich mal gekauft. Ja, bezüglich kennst du die Person oder was? Einfach so. Ich mag ihn ja. Ja. Gut, ansonsten hast du Fahrwerk? KW V3. KW V3. KW V3 hat sich hier verbaut. Hier wird schon ordentlich Geld reingebuttert, ja? Ja. Und immer vom Feinsten. Und Fägen hast du ja auch. Ja, 19 Zoll. Wie heißen die? Damina Performance. Aber ich habe gehört, du hast jetzt neue Fägen gekauft? Mhm. Was für Fägen? 20 Zoll Motec Ultralight. So, so? Mhm. Das heißt, wir sehen die im Sommer, ne? Ja. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Ja, Leute. Ich würde sagen, ansonsten hast du am Fahrzeug nichts verändert. Ja, Folie halt. Folie? Mhm. Scheibentönung meinst du? Auch. Was auch? Hier zum Beispiel ein Spoiler, der ist nachträglich. Ah, okay. Dann die Spiegel sind foliert. Hinten ist alles Folie. Also alles, was schwarz ist, ist eigentlich Folie. Verstehe. Sonst hast du ja außen aber nichts mehr verändert, oder? Nur die Lippe vorne, aber sonst. Lippe von? Von Mexen. Ah. Es funktioniert ja hier alle. Wie am Fließband denkt. Ja, natürlich. Schick, schick. Gut. Michelle. Du weißt, die Leute wollen bestimmt auch den Tonnen und sowas sehen. Ja. Ich sag auch nicht. Ich hoffe ihr hattet Spaß im Video. Gäh? Auf jeden Fall. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Sie hat sich echt bemüht hier. Gäh? Michelle, dankeschön. Bitteschön. Und viel Spaß noch mit dem Auto, gäh? Danke. 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 Danke.